Herzlich Willkommen zu einem neuen Video... ...heute zeige ich Euch ein leckeres Fast Food Rezept... ...und zwar machen wir heute Chili Cheese Fries... ...Pommes mit einem Hackfleischtopping und überbacken mit Käse... ...dafür als erstes 1 Kilogramm vorwiegend festkochende Kartoffeln schälen... ...zunächst in etwa 1 Zentimeter dicke Scheiben & danach in solche ca. 1 Zentimeter dicke Stifte schneiden... ...wenn das erledigt ist die Kartoffelstifte unter fließendem Wasser abspülen... ...um die überschüssige Stärke abzuwaschen... ...die Pommesstifte danach mit einem Küchentuch trockentupfen... ...in eine Rührschüssel geben... ...2 – 3 Esslöffel Öl, ½ Teelöffel Chili Pulver & eine gute Prise Salz & Pfeffer dazugeben... ...und anschließend alles mit den Händen gut vermischen bzw. vermengen... ...bis sich das Öl & die Gewürze gleichmäßig verteilt haben... ...die fertig marinierten Pommes dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben... ...gleichmäßig darauf verteilen... ...& im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 30 bis 45 Minuten goldbraun backen... ...währenddessen für das Hackfleischtopping eine Zwiebel abziehen & in feine Streifen schneiden... ...außerdem 2 Knoblauchzehen fein hacken... ...& dann eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen... ...zwiebeln & Knoblauch in die Pfanne geben... ...& bei mittlerer Hitze & gelegentlichem Wenden ca. 1 – 2 Minuten glasig anschwitzen... ...als nächstes die Hitze etwas erhöhen... ...300 Gramm Hackfleisch dazugeben & für weitere 4 bis 5 Minuten krümelig anbraten... ...gelegentlich mal umrühren & wenn das erledigt ist je 1 Teelöffel gemahlenen Koriander, Kumin, Paprikapulver edelsüß & Oregano dazugeben... ...mit einer Prise Salz & Pfeffer würzen & je 1 Dose Mais, schwarze Bohnen & gehackte Tomaten dazugeben... ...alles kurz unterrühren bis sich alle Zutaten & Gewürze gleichmäßig verteilt haben... ...& für etwa 1 – 2 Minuten durchwärmen & danach sind wir mit dem Hackfleischtopping auch schon fertig... ...die Pfanne vom Herd ziehen, kurz zur Seite stellen & danach die fertigen Pommes aus dem Ofen holen... ...so sollten die Pommes dann aussehen... ...die Pommes jetzt mittig auf dem Blech etwas zusammenschieben... ...dann mit der Hackfleischmischung belegen... ...& zum Schluss noch 100 Gramm geriebenen Cheddar darauf verteilen... ...das Blech zum Überbacken für nochmals 4 – 5 Minuten in den Ofen schieben bis der Käse geschmolzen ist... ...währenddessen für die Garnitur noch 1 – 2 Frühlingszwiebeln in feine Röllchen schneiden... ...& die fertigen Chili Cheese Fries danach aus dem Ofen holen... ...mit den Frühlingszwiebeln garnieren & am Besten sofort servieren... ...ich hoffe Euch hat das Video gefallen... ...ich wünsche Euch viel Spass beim Nachmachen & bis zum nächsten mal... ...& ...& ...& ...& ...& ...& ...& ...& ...& Untertitelung des ZDF, 2020